Wir sind hier auf der Schau Schau 2016 im Bad Kohlgrub. Wir sind von der Interessengemeinschaft Handwerk & Handel und wir sind 28 Aussteller. Wir sind von der IG Handel Handwerk deshalb begeistert, weil das ein Zusammenschluss von die Werke, Gastronomie, Handwerk und Handel ist. Im laufenden Jahr sind einige Events, die von IG Handel Handwerk ins Leben gerufen wurden. Ein Großteil der Mitglieder leistet hier hervorragende Arbeit, um für Einheimische und Gäste die Feste zu einem Erlebnis zu machen. Gemeinsam sind wir stark! Musik 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 Ortsansässige Vereine greifen wir unter die Arme mit Veranstaltungen wie das 1000 Dichterfest zum Jahreswechsel. Musik Wir finden schön die Ausstellung, weil man einfach einen Kundenkontakt da hat. Besuchen Sie unsere Gewerbeschau und erleben Sie die vielfältige Wirtschaft in unserer Gemeinde. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020